Wir bekommen gerade Besuch von einer Freundin und wenn ich Besuch habe, dann bereite ich Yuka immer darauf vor, das ist unser Zeichen für Besuch und das ist unser Zeichen für diese Freundin. Ich zeige ihr hier unsere beiden Zeichen, worauf sie auch schon zur Eingangstür startet. Da sie weiß, dass diese bestimmte Freundin kommt, hat sie eine aufgeregt freudige Erwartungshaltung. Sie vergewissert sich aber trotzdem zweimal mit Blickkontakt, ob ich ihr noch etwas mitteilen möchte. Ich öffne hier noch die Tür und dann kann sie auch schon die Freundin begrüßen.